Ich hab nur... Das ist das Dünnste aus meinem Leben. Mit Holz umbauen. Das ist super. Hey und herzlich willkommen zur 10. Folge von Turo 3 Und direkt scheune. Der Alex ist da. Hey, bin halt ein, Barbara. Da bist du, selig. Hey, nur noch 5 Sekunden Schutzzeit. Hi. Hallo. Alex, du bist auch ein Depp. Warum? Du nimmst einen Lava-Eimer, setzt den drunter und hittest das scheiß Vieh an. Was? Ich hab noch ein Brotbuch, komm mal her. Hier. Ja, gesehen. Guck mal, ich guck mal rein, ob unsere Melonas gewachsen sind. Ja, stimmt. Tuck, tuck, tuck. Du siehst hier die Fackeln vor allem, guck mal. Siehst du das? Wie hier die Rauchwolken von der Fackel aufsteigen. Ah ja. Hey, wir haben ein Glas auf jeden Fall noch. Hä? Glas haben wir jetzt schon Brotten. Nice. Nice, nice, nice. Wie machen wir mal? Das ist gewachsen alles. Jetzt haben wir Melonas. Jetzt brauchen wir halt nur noch die Netta Wars. Brauchen wir nur noch Warsus Maximus? Ja. Wollen wir jetzt erstmal kurz hier mal ein Inventory aus. Also Blöcke haben wir genug. Steve Suriwin, Snadigan. Du Levelfarmer? Ja. Guck mal, wir sortieren mal kurz unsere Kiste aus. Weil jetzt haben wir noch Leder. Ja, 22. Wollen wir Bücher noch machen? Ja. Haben wir noch, können wir Pfeile craften? Ich hatte mal Kies ja, aber wo ich das hin hab kann man. Später haben wir Kies, haben wir keins mehr. Wir haben nur noch Bruchstein. Alter, das schaut's aus. Oh. Federn? Einfach Flinter, man kann's scannen, ne? Nein. Das ist ja das Ding. Wir haben immer noch 64 Gold, Alter. Hast du keine Äpfel gefahren? Doch, 3 Stück hab ich noch. Aber ich kann ja viel mehr machen. Steve, wie viel Gaps hast denn du? Äh, 5. Du kriegst 2. Du? Auch 7? Auch toll. Also du brauchst mal ein paar mehr als ich, ne? Jaja, du. Du hast die beste Lösung drückt. Warte mal. Ähm. Komm ich auch noch mal mit? 6? Hm? Komm auch noch mal mit? Ja. Warte mal kurz auf mich. Scheiße, hab ich keine Fäden dabei? Nein. Ich hab' die Fäden. Ich hab' die Fäden mitgenommen. Ich hab' die ganze Fäden. Hey, passt schon. Ich hab' die Fäden. Ich hab' die Fäden. Ich hab' die Fäden. Hm, aber noch ein paar Äpfel öffeln. Ich hab' die Fäden. Okay. Ich hab' die Fäden. Ich hab' die Fäden. Ich hab' die Fäden. Ich hab' die Fäden. Wo bist denn du? Na da. Hinter dir. Ja, sieht ja ganz gut aus. Äh, lol. Bei mir leckt's einfach komplett. Hm, hm, hm. Nach der Folge starte ich erstmal Dings mehr. Wo bist denn du jetzt hin? Zum Netter. Echt? Ja, warum net? Weißt du, wo du bei mir eben noch warst? Nee. Du hast noch dahinten gestanden und hast einen Baum abgebaut. Was? Das ist ein paar. Hi. Hallo. So. So. Weil Richtung willst'n gerne im Netter. Sag' ich dir, wenn ich drin bin. Von dahinten, wo ich mich reingebuddelt hab', da können wir hingehen. Da war richtig fügbar. Mal mit. Wo hast du's gebracht? Da, ja. Ich renne die noch. Oh. Hm, lol. Ha? Dieser Gang, alter. Der ist geil, oder? Ja, der ist super. Das Essen geht so schnell, weil ich auch immer. Geht du mit? Ja, bin direkt in du dir. Quatsch. 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 Guck, hier oben, wie man jetzt hier rausgehst. Da ist, hier war jemand. Da ist, hier war jemand. Mist. Hier war doch letztens noch keine Sau. Mhm. Alles gleich. War ich das? Egal. Hier hast du auf jeden Fall noch jede Menge. Jo. Halt mal ein bisschen rumgucken. Quatsch. Quatsch. Da schaut's so aus, als ob das schon alle. Alles weg mit mir. Du hast noch 10 Minuten, ich hab noch 6 Minuten. Okay, kontinue. Kontinue. Hast du einen? Scheiße. Hm? Hast du noch einen Charter dabei? Ne. Lol. Ich hab nur ein Amboss-Menu. Ich hab auch. Super. Zwei Amboss hab ich auch dabei. Ey, das gibt's hier, Alter. Da ist überall alles weggefahren. Okay, dann geh ich zurück. Okay, ich hol den Zaubertisch. Ja. Jo, Alter. Ich weiß halt noch nicht mehr, wo der Gang war. Wo war denn der Gang? Hier. Ich hab nur. Ja, ich hab einen Gang. Sieh, das ist das dümmste, was ich im Leben bis jetzt gemacht habe, glaube ich. Was? Mit Holz umbauen. Oh, ja. Das ist super. Machen wir ja auch mit alles. Hey, warum ist da nirgends Quarz? Magst du mich das? No idea. Ich hab 10 Level. Ich brauch halt jetzt einen Enchanter, ne? Mhm. Gast. Jo, ich hab den jenes Quarz, wer alles weggefahren. Direkt am Spawn ist ein Ding. Ein Gast? Hallo? Ja, was denn? Der Black Screen. LOL! Hm? Oh, ich hab grad in den Blöcken gebacken. Ja, läuft. Oh, LOL, was ist denn das? Ich hab den Quarz am Prinz. Ich werd ständig zurückgesetzt. Nice. Mir ist das Quarz. Ups. Das kann so unser Base ist, ey. Ich wurde eben dreimal zurückgesetzt. Dreimal, gell? Hm? Ich bin jetzt schlecht. LOL. Hallo? Hä? Da meine Lava nicht mehr aufnehmen. Hä? Also ich hab ne Kuh gemolken. Ne Kuh gemolken? Immer die Momos tief. Hä? Gast. Noll. Echt einfach wirklich wie Arsch, ne? Alter. Du bist einfach 30 Meter weiter gestorben. Wie hast du gestorben? Das ist so keinen Sinn, ey. Hörst du mich, Alex? Ja. Was? Hier. Ich hab gar nichts mehr mitzumverzauern. Hm. Hm. Quarz, quarz, quarz. Steve, ich glaub, ich bin nie mehr zurück ohne Koordinaten. Ja, ich schon. Ich nicht mehr. Bist du noch da, wo wir durchgegangen sind? Ja, aber dann bin ich schon weit mit umgesprungen. Bitte leck jetzt nicht in der, wenn das Gas auf mich bleibt. Das wär so assi. Steve, weißt du wieviel Larry braucht für Schapfen? 16. Alter, ich steh am Fallen. Immer noch ein Literportal. Ich komm nicht durch. Ja, läuft. Was ist denn das? Ja, jetzt bin ich durch, okay. Ey, oh. Es ist wie in der, hier Steve. Wir haben keine Eisen und hat auch über Eisen. Nice. Ich hab 14 Eisen dabei. Muss aber zu dir kommen. 3 Minuten. Zu dir, Kord, ist so? Nö. Ich laufe doch nicht direkt zu dir, hast du ne Meise? Ja, okay. Jetzt laufe ich den Weg. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Heiter doch mal der Steve Lex. Ich bin immer wieder zum Literportal zurückgesetzt. Das ist immer eine gute Abwechslung, du. Da ist uns echt schon traurig, oder? Wenn du eh die Legs kaufst, hättest du die. Die Zeit geht runter. Aber ich werde immer wieder zurückgesetzt. Ja, kenn ich. Das ist so assi. Die Zeit geht bei mir im 4 Sekunden Takt runter. So, 15 Minuten durch 4. 4 Minuten circa. Passt. Halt die Fresse. Jetzt. So, halbwegs. Ich muss gleich mal runter. Ich starte gleich mal das Internet neu. Das ist ja ein Witz. Ein Witz. Mach mal einen Witz. So. Hier war ich doch eben schon mal. Ach f***t euch. Hey Steve, ich sollte gleich mal wieder anfangen, die ganzen Zombie Bigmans hinmachen, da habe ich viel mehr Level gekriegt. Halt. Ich verhungere, alter. Ja, verhungere? Mein Essen geht einfach weg, was ich im Inventar habe, aber ich kriege keine Hungerbalken dazu. Ja, läuft. Was ist denn das für ein Dreck? Ey, mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Labakübel. Hä? Wart mal was. Hier ist mein Club. Ey, das macht keinen Sinn. Ich darf mich vor allem nicht auslocken, weil das Combat Lock ist. Warum? Weil wir uns nicht auslocken dürfen. Nein! Warum aber ein Select lockt immer schön drauf aus. Das ist Combat Lock. Ne, Combat Lock ist nur im Kampf. Ne, oder? Ja, Combat. Ey, was ist denn das für ein Dreck? Ich wäre immer zu zurückgesagt. Und die Zeit läuft. Das kommt mir so bekannt vor, eigentlich. Eine Minute und ich habe, jetzt kriege ich Damage. Er lockt dich einfach aus, das ist ja nicht Combat Lock. Combat Lock steht ja für Kampf auslocken. Was ist denn das für ein Witz, Alter? Keine Ahnung. Mein Essen liegt jetzt wahrscheinlich auch noch. Was? Ah, ich habe schon gedacht, du stirbst, oder? Ich bin eh gleich gekickt. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Ja. Gabo! Gas ist schon wieder. Nö, nice. Nö, nice. Macht nichts. Ich bleibe jetzt einfach nur hier stehen. Ah, da. Waschen. Rott und raus. Nice. Ich habe noch 3 Minuten, Steve. Steves Scharpf 5 kostet dir bestimmt mehr als 16 Level. Was kannst du machen? Warte, nicht noch eins, nicht? Nicht mit? Nö, Aufnahme vorbei. Oh, nice. Sorry für all was denn, grab. Wouah. steve wenn ich zum ersten mal zu drei folgen nicht leck dann musst du lecken ja wenn das internet heiztok konstant wird das wäre ja ein traum 16 level habe ich schon jetzt sie soll irgendwo hin speziell zum schloss hin oder in richtung von unsern auf die höhe von unserem gang und kurz bevor du in den gang reingehst verstehe ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wo das ist deine koordinaten also deine fähigkeiten irgendwas dir zu merken wo du lang musst ist schlecht nur ja im netter schon ich habe jetzt geschrieben kann ich sein dass das als folge zählt ich habe nichts gemacht ich bin rumgerannt habe es vergräutet bis der duch aufbauen haben auch nicht sagt hungerbalken verloren er läuft doch ein bisschen essen verbrauchen eine minute habe ich noch steve du musst schon wissen wo du lang gelaufen ist ich merke mir nicht deine laufroute wie war es da woher bin da ist holz verbrannt ist den weg gibt es keine das wird zwei 30 sekunden egal unter mir ist irgendwo über mir unter mir ist überall aber was mache ich jetzt ne 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 gedacht das von ist unter mir weil es auf dem blöcke waren durch statt jetzt mal fünf sekunden ja moin jo nice danke fürs zuschauen falls ihr die runde gefahren hat gebt einen daumen nach oben vergesst nicht zu abonnieren falls ihr nichts mehr verpassen wollt und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal Bye bye!